Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Komm zu einer neuen Reaktion. Komm zu einer neuen Low-Reaktion. Meine Bramigos und Chicas, Chicas. Halt ja Reaktion. Auch wenn es schon länger aus ist, pass auf, wie du liebst. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, Reaktion zu drehen. Geht mal alle in meine Playlist, da könnt ihr alle meine Reaktions sehen. Let's go auf YouTube. Ich habe schon mal hier hin. Ich habe schon mal hier angehört. Ah, wartet. Gehen wir mal zurück. Schauen wir mal, was die Dinge sind. Die Produzenten. Die Produzenten steht nichts hier. Okay. Es war ja eine lange Zeit nicht auf seinen Kanal. Egal. Gut. Er ist wieder zurückgekehrt. Ufo 361. Gut. Dann geht's los. Es startet mit einem Intro. Das weiß ich. Mir habe ich nichts hineingeschaut. Das ist einfach kein Bridge. Das ist kein kleiner Endstück. Wie das heißt. Wie ein kleiner Satz. Ja. Ein kleiner Satz halt. Das ist entro. Kleiner Satz. Und dann das ist Bridge. Let's go. Das ist ein kleiner Satz. Das ist ein kleiner Satz. Ich habe jetzt den Ball gedreht. Leider gibt es keinen richtigen Videodreh. Aber es macht nix. Es ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Allein schon die Melodie, okay, es ist jetzt nicht so geil mit Bass, aber ich würde halt da noch ein bisschen den Bass dazugeben, als wenn ich der Produzent wäre, oder ich würde ihm gesagt, das tue ich nicht. Und habt ihr alleine den Hall gehört, das ist einfach geil bei seiner Stimme. Ich feiere nicht immer, wo er auch geil ist, okay, es singt jetzt mal nicht in der Refrain, aber egal. Pass auf, wenn du lebst, nicht traurig zu fielen. Brrrrrrrr. Swick. Pass auf, wenn du lebst. Pass auf, wenn du lebst. Pass auf, wenn du lebst. Ja, ich hatte zuerst nicht gewusst auf dem N, und da ist einfach das Grund von wem du lebst. Entschuldigung, ich färe einfach nicht. Okay, er ist jetzt nicht so geil vom Beat hier, aber einfach alleine der Hall und seine Stimme dazu. Perfektor. Das heißt, ich weiß nicht, woher dieser Text kommt. Ich habe nur gehört, dass er ihn selbst geschrieben hat und ein paar andere. Zumindest den Refrain hat er selbst geschrieben hat. Und auf Spotify Streaming ist eher ein Foto, wie er liebt. Aber das mit Tod zum Beispiel weiß ich nicht. Und ich weiß nur, dass er so lange Urlaub gemacht hat, weil er wollte nicht ganz aufhören, weil die Leute immer gesagt haben, sie schätzen erst etwas, wenn es nicht mehr da ist. So wie meine Staten kommt der Tag, ja, dann hat sie für sich keinen Platz. Pass auf, wenn du lebst. Ja, 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 ja. Ja, ich hoffe, zu viel. Ja, ja, ja. Mein Leben, Geld für den Bäcker, jeder guckt. Ja, sie machen alle Augen, wenn ich mal so gut. Zu viel Geld, zu viel Freude, in der Fliege. Wie viel Geld, zu viel Eis, lecker, jeden Tag. Ja, ich weiß, was du. Es war mir zu viel Tränschen. Entschuldigung, dass so ein Straßenlärm ist, aber ich bin gerade auf einer Straße. Und jetzt gerade ist etwas passiert. Ich bin fast. Ich habe geschaut, aber okay, ist so. Ich bin nicht, 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 ich bin nicht. ich finde auf jeden fall der erste ist ein bisschen zu kurz vielleicht der paderba geschmackssache und ich würde halt gerne noch haben dass ich da wieder ein bisschen stärker aber er ist einfach geil ich habe ihn von anfang an gefeiert ich weiß auch nicht warum ich mag sie irgendwie einfach nicht weil sie so brutal sind aber er ist einfach ganz außer als wie ein deutscher er ist wie ein deutscher von uns und ein bisschen vielleicht türkisch und ein bisschen vielleicht das ist man kann schon feiern aber so lange nicht wenn ein ander biet noch dazu käme ja schon das feiere ich irgendwie einfach wenn in der stroben stroffen in den versen noch ein bisschen mehr das ist einfach geil wenn du nachher die gitarre wärst und ich finde es einfach sogar ein bisschen nur vielleicht hätte man ein bisschen noch so gut und nicht vergessen mein kanal zu abonnieren wenn ihr noch einen Song singen wollt, falls ihr kommt auf Spotify, einfach abonnieren und ja, einfach noch meine Videos liken und die Glocke aktiviert ja nur wenn ihr abonniert. Entro ist einfach so geile Ahnung. Brrrr. Gut. Ah ja genau, es war eine neue Ding, wie heißt das? Funktion, wie ihr das gesehen habt. Das zeige ich euch ein anderes Mal. Gut. Dann tschüss und willkommen. Und das war wieder eine neue Rap-Reaction. Ball kommt auf Reaction auf Post Malone und der Beatmix für meinen neuen Song. Brrrr. Tschüss.